Musik Jo, Freunde Zählochs hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Rubin und Saphir Soling Zusammen mit dem wunderbaren Geldgeilen Yves, Freunde, ich hab endlich Kohle Stimmt, du hast Offline Freunde, der hat mir jeden Tag ein Bild gesendet von seinem Kontostand von Pokémon Das ist unglaublich Ich bin so rich, Alter Ich hab so viel Geld Ich hab mir 100 Pokébälle gekauft Ich hab mir 60 Superbälle gekauft Nochmal 60 Hyperbälle um den Dreh Ich hab richtig viel Kohle Also ihr müsst euch vorstellen, ich hab mir dieses Trainerpaar geschnappt Dieses Fernsehpaar, was ich immer interviewt Die laufen zwischen drei Routen Und die geben einfach 4000 Gold Und hab ich Münzambulant benutzt Und Schlingel 8000 daraus gemacht Und dann Easy, Alter Und hab ich nebenbei auch natürlich trainiert Genau, ich hab hier grad mein Team, Freunde Auf jeden Fall werden den letzten Part verpasst Da bei Yves Dienstag vorbeischauen Da haben wir ein Voltenso gefangen Und nee, Sumpex hatten wir noch in dem vorigen Park gefangen Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Entcounter für 132 schon Und es ist ein Ach, du bist da schon Ja gut, muss ich hin Darf ich noch nicht fangen Nee, darfst du nicht Darf ich nicht, hab ich ja Gut, dann schau ich mal, was mein Encounter sein wird So, 132 Ich will eigentlich, will ich wohl Ganz ehrlich, ich möchte eigentlich wohl angeln Ich möchte irgendwas angeln Oh, Spoink Darf ich fangen, ne? Ich hab, glaub ich, nen Gräunk, oder? Musst du gucken Guck mal nach Ja, ich guck grad Ich glaub, ich hab nen Gräunk mal gefangen Dann darf ich's nicht fangen Oder warte, ich glaub, ich wollte Ich hatte das Ja Aber, ähm, du hast gesagt Nee, das brauchen wir nicht Hast du's dann nicht gefangen? Oder hast du's trotzdem gefangen? Nee, nee, ich hab's getötet, glaub ich Nee, nee Du darfst es fangen Okay, super Ich hoffe mal, Funksprung wird nicht reißen, oder? Das ist ein Fritzeblitz Nee, reicht nicht Gut Perfekt Also wir dürfen jetzt, ganz ehrlich, ich hab nachgeguckt Mhm Wir dürfen, Freunde, wir dürfen keine Encounter mehr verkacken Ansonsten wird das richtig problematisch für mich in der Liga Ich kann da nicht mit einem Minum in die Liga gehen Ja, wir haben doch noch ein paar Pokémon Wir können aber nicht zum Himmelsturm und so Das Ganze ist alles nach der Liga Ja, wir haben noch die Siegesstraße Wir haben noch die Route vor der Siegesstraße Okay, das war's Und die Pokémon, die wir eintauschen dürfen Sowas wie Forme und so Wir haben ja noch die Pokémon Siegesstraße Dann vor der Siegesstraße Und ja Ich glaub links Meiner wird ein Komm Das hat zehn Jahre sein Das ist nice Das ist ein Pflanzenmon Ja, das hatte ich ja gefangen Aber das durfte ich benutzen, weil du Mühe nicht gefangen hast Dann darfst du das, ne? Ja, dann darf ich sagen, weil wir noch keinmal Weil wir es noch nicht als Paar hatten Nice Also da zehn Jahre finde ich richtig gut Ich geh auf dem Giftstachel Müsste es eigentlich tanken Wie in der Nichts Schlafzudat ist Oh, das ist cool Ah, nice Wo ist mein Zettel? Ganz ehrlich, ich habe ja Ich habe jetzt Pokébälle ohne Ende, Freunde Ich schmeiß einfach mal ein Hyperweil Ich kann's mir lassen Ich hab hier gar nichts mehr Ich hab... Oh, fuck Ah, hier unten Oder? Ja, perfekt Lockdorf hat es drauf Okay, nice Also es ist schon mal nice Und da zehn Jahre ist richtig gut Ich brauche ein Pflanzenmon im Team Damit habe ich jetzt meine Pflanzen Gutlex hätte ich, okay Aber ich würde mich jetzt echt freuen Wenn Du ein Karpow-Finkst Bis draufkriegt, nice Okay, nice Mach nicht viel So, okay Ich hoffe, du Nice Das zehn Jahre schreckt zurück Noch mal bis drauf So, voll auf jeden Fall In diesem Part wollen wir auf jeden Fall noch die Ruse 132, man Dann müssen wir jetzt nach links Oder werden wir irgendwo hinkommen Und dann wollen wir auf jeden Fall nach Xenoville Zur Arena Und die herausfordern Also ich hoffe, wir packen das Wir setzen nicht in Counter da jetzt Wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Und dann wollten wir nach Xenoville Und da die Arena machen Beziehungsweise wahrscheinlich Werden wir wahrscheinlich Den Arena-Kampf noch nicht machen können Wenn ich mal nur die Dinger machen Und ich habe da mit einem Pflanzenmon im Team Und ich muss es gucken Hier gab es noch Karniwana drin Okay, das hatte ich schon mal Meine Liste mit den Namen Meine Liste mit den Namen Wo ist sie? Ich habe die wieder auf dem Schreibtisch liegen lassen Willst du das jetzt im Team behalten? Satz in ihr? Oh, klar Es ist ein Pflanzenmon Auf welchen Level ist es? 29 Ich habe 4 und 25 Ja gut, passt Hast du einen Pflanzenmon? Ne Hatte ich mal Hatte ich mal mit Karpels Ohne Wettbewerb Ich stehe auf, Freunde Ich stehe auf Ich habe noch Jax habe ich noch drauf Und Chris Day habe ich auch noch drauf Und ich nenne es einfach Chris Day Loll Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe gerade auf meiner Tastatur Chris Day eingetippt Und wundere mich, warum das nicht angezeigt wird Oh lol Hä? Verstehe ich nicht Ich habe auf der Tastatur das eingegeben Und nicht auf In-In-Game Verstehst du? Ich habe mit meiner Mit einer anderen Tastatur Achso So Chris Day Nice Und jetzt will ich gleich gucken, was es für Attacken hat Bitte 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 Oh lol Nee Ich hätte ein Entei kriegen können Mit Lockduft Habe ich das gerade gekriegt Entei mit Lockduft Ja, ich habe kein Lockduft Von seit 10 Jahren aus Versehen Eigentlich Ich weiß noch, wo du Entei fangen wolltest In Ich weiß nicht mehr wo In Blütenbox Und was hatte ich keine Pokébälle mehr Klo Wöl hat es Steigerninitiative über Sonnenschein Schlafbruder Rankenhieb Eigentlich mega nice Rasierblatt Perfekt So, ich gehe mal weiter nach links Ich weiß nicht, was mich hier erwartet Ich glaube ein paar Trainer Die würde ich auch besiegen Die Route 133 direkt mit Abgras Ach stimmt, die kommt ja auch noch, ne? Die kommt direkt auch Perfekt Und äh 34 müsste auch noch kommen Stimmt Wenn ich richtig liege Und dann auf jeden Fall noch ein paar Encounter in diesem Part, Freunde Also zwei Stück 32 darfst du noch eins fangen Und ich bekomme jetzt Balten-Voltenso Stimmt, ich habe extra mein Fritzeblitz auf 35 Trainiert Ich hätte, ich habe halt die ganze Zeit Entwicklung abgebrochen Um es euch hier im Part zu zeigen Hätte, hätte Fahrradzettel So, hier kommt die ganze Karnevan An Level 35 Perfektes Training für Fritzeblitz Rastin hat Rauhaut Mach mal bitte eine physische Tech-Attack oder so Ich gehe nach unten Oh mein Gott Er ist auf Bodycheck gegangen Er hätte mich fast gekillt Bodycheck wäre fast ein One-Hit gewesen Gegen Karnevan Äh, gegen Fritzeblitz Oh nein, warte Die Rauhaut Nein Reicht jetzt nicht Nein, warte, warte, warte Fritzeblitz, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Nee, es hat zwei KP gemacht, die Rauhaut Oh mein Gott Das ist immer unterschiedlich Wohin hat die Rauhaut mehr gemacht? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Weißt du, er kriegt einfach die Mit Bodycheck die Paralyse gegen mein Elektro-Pokémon Das verstehe ich nicht Hier ging das halt noch Hier konnte man auch Donnerwelle gegen Elektro-Pokémon drücken Also Nicole ist einfach so stark, ne Nicole, ich liebe Du meinst das Radikal, ja, ja Ja Pummeluf kommt rein Da schmeiß ich mal am besten gleich mal einen Tabea raus T-Tabea, jetzt einfach mein Absolist Ich bin hier gar nicht paralysiert, fuck Und ich habe Tabea eingefügt Und ich habe Tabea beigebracht Tabea kann Feuersturm, Schlitzer, Schwerttal Krass Richtig coole Sache Zwar Ist Feuer nicht eigentlich speziell, ja, ne Feuer ist speziell, ja Ja, nice Und Georock kommt rein Nice, da kann sie Oh, hat Also Wir kommen, weiße, ich habe eine Idee Gut, ja Ich gehe in Satz, zehn Jahre Schlafpuder Und dann Rang geht Ich glaube, Satz Er bekommt noch Matschbomben auf irgendeinem Level Also du musst die Themen gar nicht finden Ich glaube, es erlernt noch Satzini ist mega cool Ja, wird es richtig heftig Ist das für dich okay, wenn wir Gräunen drin lassen Da hast du dann Psycho-Pokémon? Ja, ich habe einen Psycho-Pokémon Dann passt schon, passt schon Ich kriege ja dann bestimmt Ich habe das auf Level 25 Vielleicht wird es jetzt irgendwann Spoink Passt schon Ach, ist das noch die Vorentwicklung? Ja, es ist noch die Vorentwicklung Wir lassen auf jeden Fall Kabotops nicht drin Und Wolbi Die beiden möchte ich nicht drin lassen Ne, ne, ich brauche im Moment Libiskus drin, ihr Freunde Weil ich irgendwas zum Surfen brauche Ja, klar, natürlich Und Abak habe ich im Moment einfach nur wegen dem Bedrohall drin Aber Satzini ist echt nice Obwohl, Kabotops könnte ich so nur immer noch drin lassen So Ähm, ich gehe mal da runter Was kommt jetzt rein? Ich habe nicht geguckt Komm, Freddy Ah, PS Freddy, ich habe den Ich habe den auch mit reingenacht Du hast es ja geschrieben Lieber mit Doppel-D Ich habe es auch mit Doppel-D gemacht Ähm Ich muss jetzt eben gucken Ich glaube, ich bin jetzt schon auf Runde 2 Guck mal, bist du schon auf 33? Keine Ahnung Ich bin jetzt nach links gesurft Ja, ich bin bei 33 Pass auf, wie ich den Counter du nimmst, ne? Ja, klar Ich werde es nicht verpassen Sag der Donner trifft Oh lol, noch ein Item X-Tempo Oh lol, was schlecht Am besten sind die Briefe, du immer bekommst Ohne Witz Ich weiß gar nicht, warum ich immer die Briefe bekomme Ich weiß es nicht Obwohl ich das verdient habe Nachtara, oh Gott Ähm Komm, ich bleib drin, Donner Komm, Fritzelwitz Mach irgendwas gegen dieses dreckige Scheiß Nach Taradona Geht daneben Natürlich geht es daneben Ich werde gleich mal gucken Was ich Ich weiß nicht, soll ich bei jedem Counter angeln? Bei jedem Counter angeln? Musst du wissen Keine Ahnung Ich weiß nicht Wenn auf 32 Nee, auf 23 Hatten wir doch schon Das war doch der Encounter auf 32 Ja, aber 33 Ja, aber 33 kommt jetzt als nächstes Achso, ja, 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 okay Weil ich habe mit Sazenia gerade echt Glück gehabt beim Angeln Obwohl ich hätte gerade endlich kriegen können Hätte ich nicht gerne Das ist sehr gut Finde den Fehler Ja, okay, ich wechsle in Tabea rein Es ist ein Hochschutzfreunde gegen uns So, bei mir entwickelt sich endlich Fritzelwitzelwoltenso Richtig, richtig nice Und ich kriege erstmal Hypnose ab, Alter Ich würde es auf jeden Fall feiern Wenn ich noch ein Drachen-Pokémon bekomme Und ein Feuer-Pokémon Die beiden Pokémon brauche ich Die beiden Typen Ich würde mich allgemein freuen Wenn ich irgendein Pokémon kriege Hast du doch Das ist ein schönes Azenia Azenia ist richtig cool Ich will irgendein Feuer-Pokémon Stimmt, kurz, dass du ja verloren Du hast ja Blurack noch Scheiße, ich habe Blurack noch Ach stimmt, ich brauche gar kein Feuer-Pokémon Ich brauche irgendein Feuer-Pokémon Irgendeins Ist mir egal, ob es Flamly ist Logo Keine Ahnung Irgendein Feuer-Pokémon Ob es Magma ist Ist es mir völlig egal So, ich gucke mal, welche Route ich jetzt bin Ich bin auf Immer noch 32 Aber links kommt direkt 33 Gut Wie komme ich nach Schön aufpassen Dann passt das schon Ich gehe in meine Cliff Zone Hier ist noch 33 Gut Ja, dann gucken wir, was ein Encounter ist Ich muss noch den Trainer besiegen Dann bin ich auch, glaube ich, auf 233 Flinch bitte Schade Schade, dass er sich geflitscht hat Bis Flinch, bitte jetzt Komm schon Cliff Zone Eigentlich ist aber auch gar nicht schlecht Aber Ist auch nicht schlecht Wegen dem Bedrohert Aber es lernt einfach nichts mehr Hauros wäre auch nicht schlecht Mit dem Bedrohert Auf der Box Ich bin auch, wie gesagt, gespannt Ob wir die Arena wirklich schaffen Welche Level haben die? 45 der Arena? 45 Ja, das ist zu heftig Müssen wir aber eigentlich schaffen Weil ich bin jetzt schon bei 39 Oh, 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 oh Ich bin in Sumpex gegen Wille gewächst Bitte kein Giga Oh, um Klammerung Ist das dein Encounter? Nein, ist ein Trainer Achso Bitte hab keinen Giga-Sauger Oh, ich hab das voll Quit, kein, nicht gereicht Reicht, 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 reicht Zum Glück hat's Kriegiger-Sauger Ohne Witz Ich nehm Radical so safe Mit in die Pokémon-Liga Radical-Walmann Das ist einfach so heftig Du hast dich erst geärgert Aber dann ist es doch Ein gutes Pokémon Aber nur wegen der Wahlbahn Wahlbahnstärke Der Ruckzuck-Kiefer Findet der einfach Ein Wahlmann Ich hätt auch sowas gerne Okay Kann ich in der Strömung wohl angeln? Charnera kommt Ich glaub, wenn ich jetzt weitergehe Skipp ich gleich die Route Lol Ich skipp die Route Oh, lol Ich bin dumm Ja, musst du nochmal Flussbrumm fliegen Und dann wieder hin Ich hab kein Moment Fliegen in der Box Ich muss also ganz wieder Zurückschwimmen Oder Leut, ja, dann Komm's ja nicht mehr zurück Dann angel doch einfach Ja, dann angel ich Bist du noch auf 33 Oder bist du schon auf 34? Ne, 33 Alles gut, ich bin 33 Ich angel einfach Und es hat was angebissen Und es ist entkommen Alles klar Leck mich nicht Das hasst du hier Mal am Angeln So, ich bin auf der 34 Äh, 33 Ja, dann guck mal Was du da jetzt kriegst Am besten Kommt aber nix Soll ich mal angeln Mein Freund Ich weiß nicht Ich brauche irgendeinen Encounter Irgendwas Gutes Und es hat was angebissen Und ich hab's am Haken Mein Name und Herren Der nächste Encounter Auf der Route 33 Ist ein Ich hab ein Subiris Ein Geisttyp Oh Waumpel Darf ich mich nehmen Weil du Pudox hast Ja, das ist richtig Das heißt Waumpel darf ich mich nehmen Außer wenn es sich Super final entwickelt Aber das ist die Chance Das ist ja Das hatte ich aber auch schon Ach, du hattest Waumpel Allgemein Ich hatte beides schon Ich hatte einmal Papinella Jetzt zuletzt Ne, du hattest Und das Papinella Ne, warte Ich hatte ein Pudox Ne, ich hab das Mapo Ach, stimmt Ne, dann darfst du es mit Papinella Ich hab hier ein Subiris Auf Level 15 Aber wenn es, aber wenn es Nicht zu Pudox entwickelt Darf ich es nicht benutzen Was machen wir? Was machen wir? Ich sag, ich angel einfach neu Ja komm, angel neu Passt schon Ich hoffe, ihr versteht die Problematik Das Problem ist, wenn es sich zu Pudox entwickelt Darf ich es nicht benutzen Das heißt, das Pärchen wäre dann Kaputt Richtig, richtig Aber ich kann die Subiris nur mit Konfu Strahlen mit Spoink schwächen Aber ich weiß Ich weiß auch nicht Ob es Subiris schon so gut war Mit Strolch Hat es schon Strolch gehabt? Ich weiß es nicht Äh, ich glaube ja Ja Und Genesung sowas Wenn ja, wäre es heftig Ich will jetzt einfach nur Ich will jetzt irgendwas fangen Komm her, bitte Und ich hab angebissen Äh, Leute Man muss mehrmals angeln? Als ob Man muss mehrmals drücken Ich hab gerade zweimal Und wieder weg gewesen Alles klar Einmal Ich kann das Ding nicht schwächen Ne, die Subiris Als A Nur mit Superschall Komm, ich öffne Aber müsste drin sein Endlich, dreimal Drei fucking Mal Und es ist ein Konkurierer Oh, das ist cool Mit Bedroher Ich weiß nicht Wenn es Bedrohert Wäre das nice Ja, du hast Ja, gut Noch hast du Arbok Alles Bedrohert Ich hab's übrigens gefangen By the way Ich hab's geschafft Bedroher Nice Coole Sache Ich hab Horror Niki Mit Geist Typ Quit Down Schöne Sache Okay Capoeira Nice So Horror Niki Nenn ich's Niki Turbo Dreher Das ist schon mal Kacke Ja Turbo Dreher brauchst du nicht So Niki Willkommen im Team Beziehungsweise erstmal auf der Box Ich werde weiter zu 34 schwimmen Ich bin auf 34 Okay Okay Ich bin auf 34 Oh, der Encounter Bei mir ist direkt in den Encounter gekommen Und was ist es? Ein Paras Ein Paras Nice Das Parasack, Alter Das ist cool Nein, das ist nicht cool Doch, das feier ich Ich mag das Ehrlich Das ist richtig geil Parasack ist richtig cool Ich töte es jetzt mit Donner Nein, mach das mit mir Nein, mach ich nicht Ich muss jetzt erstmal das Capoeira fangen Hier ist wieder schlecht Gedingstenschwicht Endlich wieder ein Kampf Pokémon Ich liebe es gerade Yes Ja, aber zu mir ist erst auf der 14 Muss ich gucken, dass ich das offline Für den nächsten Part Oder für den übernächsten Part Trainiere Ich muss es unbedingt haben Ich muss dieses Capoeira haben Oh, ich komme gut Das hat überlebt Okay Pokéball drauf Es schläft gerade Du, Zellers Ich habe so viel Geld gerade übrig Ich weiß nicht, welchen Pokéball Ich schmeiße soll Soll ich einen Superball nehmen Einen Überball Ich kann mir das einfach leisten, Alter Gut, ich habe Pass gefunden Passt Ein Rich Boy, ey Hast du noch jemanden mit Käfer-Typen? Ähm Ich habe keinen mehr Ich will es halt eh nicht ins Team nehmen Deswegen nenne ich es einfach Sherry Ich nenne es Stummitim Da habe ich noch einen Namen offen Ich weiß, Freunde Sherry hört sich bescheuert an Aber es ist halt von Sherry angelegt Sherry Sherry hört sich bescheuert an Gut, wir kommen auf der Box Aber zu viel ist es cool Wenn ich es hochgelevelt bekomme Wenn ich es wirklich Strollschat in der dritten Gen Dann ist es auf jeden Fall ein cooles Pokémon Glutexo, okay So Kann das Holtensa one hit? Nein Komm, Donnergo Triff Ja, es trifft Und dann ab jetzt auf die nächste Route Und ich denke, wie gesagt Wäre ich jetzt weiter gesurft Hätte ich so die 33 geskippt Ja Hätte ich so geskippt Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein cooles Pokémon bei dir Ich ahne es schon Ne, ich muss noch den Kampf machen Damit ich weiter machen kann Ich will eigentlich nicht Parasits Team nehmen Stolos Alter Wie TF, Mann Nie Nie Stolos, ey Leck mich So, Donnerge weiter Gehe ich in Ninja-Tron Ich habe irgendwie so Panik Kann es mich effektiv stressen? Eigentlich nicht Ich gehe mal in Chris-Day Pass auf, 1 KP Direkt weg, ne Ey, das Sumpe Sumpec schwebt auf 1 KP Das ist heftig Lehm und Tod von Sumpec schwebt auf 1 KP, Freunde Irgendwie ist das witzig Irgendwie ist das witzig Ich kann doch nichts dafür So, ich habe erstmal Stolos eingeschläfert Von daher geht das Ich trainiere die ganzen Trainer hier Trifft das effektiv? Nö Aber LOL Macht guten Damage Ich trainiere gerade nebenbei Super Chris-Day Perfekt-Flegmon Gegen eine Sunny Boah, das gibt richtig gut EP gleich Stolos, Level 32 Was gibt gut EP? Das gibt gut EP Cliff, so nachreichend Level 31 Perfekt Schöne Sache Schöne Sache hier Und letztlich ist das Remorite Oh, ich kann drinbleiben Jeder sich freut So, Donner trifft Schon schon sehr gut Kannst du gern machen Oh, ich muss jetzt unbedingt noch was Gutes Zin als letzten Encounter Unbedingt Irgendwas Gutes Wo ich Nein, ich habe Paras Brauchst nichts Gutes Ein Kaifel kommt rein LOL Ähm Kaifel und dann Ich glaube Zertrümmerer trifft Vierfach effektiv Gegen Kaifel sind es Nun nur noch zweifach effektiv Nicht vierfach Dann gehe ich auf Stärke Kampf ist nicht sehr effektiv Gegen Boden Ist halt Ausdauer Oh Ein Kaifel würde ich jetzt wohl gerne haben Würde ich auch feiern Voltensort einfach mal ein Starmie gewonnen hättet Gut Oh Ich hasse ganz ehrlich Ich weiß nicht, was diese Fähigkeit Ausdauer macht Ausdauer ist Die Attacke Ich weiß nicht warum Ich aber Ausdauer Es überlebt immer mit einem KP Wenn es die Ausdauer eingesetzt hat Wofür? Wofür ist diese Attacke gut? Zum Beispiel gut Wenn dein Gegner auf Nachkampf gegangen ist Du mit einem KP überlegst Du eine Prio-Attacke drauf hast Und dann Durch den Drop Ihn killen kannst Rein theoretisch dürfte mir Macholo Macholo nix können Wenn ich ein Geist-Pokémon bin Ne? In den dritten Genk glaube ich noch nicht Ne Ich bin schon wieder in Grafit Pot City Hatten wir da eigentlich einen Encounter gefangen In Grafit Pot City? Nein, ne? Ja Nein Doch Das war oben Das war oben Also so oberhalb Da haben wir noch keinen Encounter gefangen Doch, wir haben eins gefangen Das war auf Ne, das war auf Hut 110 Aber in Grafit Pot City hatten wir mit der Angel Wenn nur mit der Angel Hatten wir nicht Hatten wir nicht Oder wollten wir uns den nicht aussparen? Bitte? Wollten wir uns den nicht aussparen? Ja, den haben wir nicht gefangen Das heißt, wir können hier nochmal Bevor du runter gehst aufs Sand Kommt halt hier Bist du einfach noch auf der Surfstrecke Wir dürfen hier noch einen Encounter fangen Das würde ich sagen Ich mach's Aber komm Doch Doch Nein Warum? Wenn das da unten Der Strand auch schon zu Grafit Pot City gehört Dann haben wir damit etwas gefangen Ich guck jetzt Mein Encounter ist jetzt ein Für die Route 134 ein Was schlechtes bitte Ich nehm keinen Pass mit dem System Ne, das war Route 109 Wir dürfen den Grafit Pot 1 fangen Das haben wir uns noch aufbewahrt Warum sagst du nichts mehr? Ich hab'n Remo Reit Gut Das kann sich zu einem Octillery machen Von daher ist das nice Ja, aber ich möchte kein Parasek Ich möchte aber ein Octillery haben Aber ich kein Parasek Ja, dann sind wir in der Zwickmitte Oh, Leute, ich hätt's was getötet Glück gehabt Also ich würde jetzt nochmal surfen bei Grafit Pot Oh, dann warte, ich angel Weil wir dürfen hier noch einen Encounter fangen Gut Ach, übrigens, ich hab die Super Angel gar nicht bekommen Ehrlich nicht? Nein Ich hab' überall den Flussbogen gefragt Da gab's keine Super Angel Ja, warum denn nicht? Hast du die bekommen? Nein, ich hab' nur die Profi Angel Ja, ich auch Gut, egal Ich angel mal hier Ich hab' noch einen Witz für dich Was ist dein Beamter, der in der Nase bohrt? Weiß ich nicht So, warte mal Er holt sich das Letzte raus Er holt sich Mein Encounter ist ein Hutu Darf ich aber nicht fangen Die kleine Kiyo Warum nicht? Ach ja, stimmt Ja, da war ja was Da war ja was Äh, ich nenne das Remorite Lisa Ich glaub, Lisa hatte ich noch nicht Obwohl, soll ich noch warten mit dem Encounter für den nächsten Part? Ich mein, wir haben schon die 21 Minuten Ja, dann lassen wir's im nächsten Part machen Würde ich warten Dann machen wir im nächsten Part den letzten Encounter freuen Und dann gehen wir auf zur Arena Und schauen wir mal, ob wir den im nächsten Part schaffen Die Arena Ah, ich weiß nicht Mein Bootlegs, mein Spoink ist auf Level 25 Äh, Forsch ist wesentlich Ich glaub, Forsch hat auch Ja, Forsch hat auch Das heißt Plus Spezialverteidigung, minus Initiative Mit Psi-Strahl ist gut Konfu-Strahl ist bedingt gut Naja, 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 naja Ich konnte hier nur, ich konnte hier nur Remorite fangen Alter, was ist das denn für ne Scheiße Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch mal ne positive Bewertung da Ne, und wir sehen uns dann im nächsten Part Der morgen bei mir auf dem Kanal bekommt Richtig, alle vorbeischauen, Freunde Schau mal, wie wir uns in der Arena schlagen werden Mit diesen neuen Teams Die letzte Arena Boah, das wird so hart werden Wir haben wirklich nicht mehr lange vorhanden Letzte Arena, Siegesstraße, Pokémon-Liga Danach war's Danach war's Ob wir's schaffen Weil, ich weiß nicht, ob wir die Pokémon-Liga schaffen Keine Ahnung Doch, das schaffen wir Keine Ahnung, weiß ich nicht Wird schlimm Wird richtig schwer Ich glaube daran, dass ich das schaffen werde Ja, aber wir beide müssen es schaffen Nicht nur du Ja, ich hab einen Ninja-Ton Stimmt Du hast einen Ninja-Ton mit einem KP Hättest du jetzt noch einen Focus-Gurt Das wär so geil, ne? Das wär so OP, Mann Na ja, gut, Freunde Auf jeden Fall Morgen einschalten, 17.30 Wir sehen uns Bis dann Haut rein Und ciao Ciao